Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure DX Director's Cut. Nachdem wir uns in der letzten Episode auf dem Skydeck des Egg Carrier ein wenig näher umgesehen haben und dort leider feststellen mussten, dass Dr. Eggman bereits genügend Chaos Emeralds gesammelt hat, um Chaos 6 zu erschaffen, welches wir aber relativ leicht besiegen konnten. Also Chaos 6 war jetzt nicht die Mega Herausforderung und Amy war ja auch in Sicherheit, also hatte das Ganze ja doch durchaus positive Seiten. Aber nachdem sich Sonic dann entschieden hat, Dr. Eggman in den Abgrund, hier in die Verdammnis mit hinunter zu springen und ihm somit zu folgen, sind wir dann am Ende der letzten Folge hier in diesen, ja, Ruin gelandet, also in einem Abschnitt der Mystic Ruins, den wir vorher noch nicht kannten, an einem sehr mysteriösen Tempel, wo uns auch dieses Licht, dieser Wegweiser hineingeführt hat und in dieser Episode soll es dann auch in genau diesen Tempel hier hineingehen. In die Stage 9 von Sonic, Lost World, Go to the Center of the Ruins. Und nein, das ist keine Anspielung an Sonic Lost World, man muss bedenken, das Spiel hier ist schon, ich weiß nicht wie alt, also locker mehr als 10 Jahre alt, aber ich muss wirklich sagen, diese Stage hier, die ist richtig, richtig cool. Wenn man nur mal die Atmosphäre, also mit der Musik in Kombination und diese mega coolen Feuerstellen hier und diese Steine aus der Decke, wenn man das alles so in Kombination betrachtet, ist das mega episch aufgebaut. Also ich muss echt sagen, dass auch diese schnellen Stellen hier zwischendurch, diese Kurven, einfach nur richtig gut untergebracht sind. Das gefällt mir mega gut. Obwohl ich sagen muss, dass in diesem Tempel auch eine Stelle, die auch jetzt kommt, ziemlich nervig sein kann. Denn hier muss man den Wasserstand abheben, äh, anheben, nicht abheben oder absenken, nein, anheben und dann auf dieser Schlange hier mitfahren. Und hier glitscht Sonic so ein bisschen komisch rum, slidet hier so ein wenig, das ist alles nicht so schön. Das fand ich schon immer komisch, egal auf welcher Version, sei es Original Dreamcast, sei es die Gamecube-Version, sei es die PC-Version, sei es die Playstation 3-Version, man glitscht da immer rum. Es ist was, was ich nie so richtig verstanden habe, aber wie dem auch sei, wir müssen hier auf jeden Fall drei verschiedene Schalter auch betätigen. Dann, nachdem wir einen Schalter von den dreien betätigt haben, den Wasserstand wieder erhöhen, dann auf die Schlange warten und dann die weiteren Schalter betätigen. Das nimmt hier so ein bisschen Spielfluss raus, aber, ach, ein bisschen Abwechslung kann ja auch nicht schaden. Und außerdem kann man hier nochmal ein Schutzschild mitnehmen. Und, oieieiei, hier müssen wir ja schon wieder abspringen. Stimmt, stimmt, stimmt. Hier gibt es nämlich den zweiten Schalter direkt. Gut, und, äh, apropos Lost World. Ich habe ja auch ein Let's Play zu Sonic Lost World gemacht und da habe ich ja auch gesagt, dass sich Sonic Lost World so ein wenig, ja, anders spielt als ältere Sonics. Und da kann ich auch gleich mal einen Vergleich anbringen. Wer das Sonic Lost World Let's Play gesehen hat und jetzt das Let's Play schaut, der wird merken, dass Sonic Adventure vollkommen anders ist, beziehungsweise viel, viel schneller ist als Sonic Lost World. Also, man sieht, dass hier, jetzt vielleicht nicht unbedingt in diesem Level, aber im Allgemeinen, viel mehr Spielfluss vorhanden ist und das, ja, dadurch sterben wir übrigens. Ne, sterben wir nicht? Sterben wir nicht, wenn man hier ins Wasser fällt? Ach ne, man hat noch die Chance, wieder hochzukommen. Ah, genau, so war das ja. Äh, gut, was ich aber sagen wollte, ihr werdet merken, dass hier bei Sonic Adventure wesentlich mehr Spielfluss drin ist oder es sich auch wesentlich mehr wie ein schönes Sonic spielt, als jetzt vielleicht, ja, Sonic Lost World es tut, weil, das habe ich auch bei Sonic Lost World gesagt, es fühlt sich eher an wie ein Mario Galaxy. Und jetzt haben wir übrigens alle drei Schalte betätigt und können nun weitergehen. Wenn denn diese schöne Schlange gleich nochmal sicher übrig, herzukommen. Dankeschön. Gut, ähm, ja, ich komme jetzt nur gerade drauf, weil das Level halt Sonic Lost World heißt, beziehungsweise weil der Level-Name halt Lost World ist. Also klar, das Level heißt nicht Sonic Lost World, sondern nur Lost World, aber der Name hat mich halt jetzt noch ein bisschen da drauf gebracht, mal einen kleinen Vergleich zu ziehen. Gut, äh, ich habe jetzt hier aus Versehen Halt gemacht, weil ich dachte, hey, wir müssen den Wasserstand noch ein wenig mehr erhöhen, aber das ist natürlich vollkommener Unsinn, vollkommen schwachsinnig. Wir müssen hier nur gleich im richtigen Moment abspringen. Ah, nämlich hier hinten. Da müssen wir drauf. Wunderbar, denn hier geht's weiter. Hier geht's, glaube ich, nochmal ein bisschen Outdoor, ne? Ja, genau, hier geht's noch ein bisschen nach draußen. Da sieht man nochmal schöne Tempel im Hintergrund, ein bisschen Outdoor-Bereich erkunden, aber dann geht's hier auch schon wieder rein. In so einen dunklen Bereich, wo wir hier an Spiegeln, an solchen kleinen Spiegeln, das Licht an größere Spiegel weiterleiten müssen, um hier auch was zu erkennen. Ich kann's mal demonstrieren, hier in so einen kleinen Spiegel gehen, auf den großen Spiegel leuchten. Dann wird hier auch schon ein bisschen Licht gemacht, obwohl ich sagen muss, ne, wir brauchen kein Licht. Wir können das hier auch ohne Licht schaffen. Alles schwachsinnig. Ich meine, wer braucht denn schon hier Licht zum Spielen? Wir kriegen das auch im Dunkeln hin. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Es ist natürlich nur ein Problem, wenn wir, ja, zu diesen beweglichen Blöcken kommen und ich den Algorithmus der Blöcke vergesse, beziehungsweise ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie sich die Blöcke bewegt haben. So, Licht gemacht. Aber jetzt hier schnell weiter. Ich will mich hier nicht mit diesen Lichtdingern aufhalten. Na, Kamera, möchtest du dich drehen? Kamera? Kamera? Aha, danke sehr. Wie gesagt, ich möchte mich hier nicht mit dem Licht lange aufhalten. Alles nur schwachsinnig. Wir kriegen das auch so hin. Wie gesagt, insofern aber auch nur, wenn hier die Blöcke auch vernünftig, genau, sich vernünftig drehen würden. Ich warte einmal, zack. So und rüber. Ganz genau, dann hier rüber, hier rüber, so. Und hier hinten ist doch auch schon wieder Licht. Ist doch gar kein Problem. Und mit einem Lightning Spindash. Ready, go. Zack, sind wir auch schon drüben. Nehmen den Checkpoint mit. Und Wasserrutsche. Yeah. Auf geht's. Hui. Also, ich finde, die Wasserrutsche, die geht schon ordentlich ab. Und vor allen Dingen ist das eigentlich sogar ein Wasserfall und nicht nur irgendeine Rutsche. Na gut, mit den Tramolin, mit den Bumpern. Jetzt dann hier einmal schnell rein. So, und jetzt kommen gleich mal Gnetspielchen. Oder wie war das? Ne, genau. Erst müssen wir vor so einem Felsen hier flüchten. Das ist aber gar kein Problem. Niu, niu, niu. Immer wieder schön Lightning Spindash. Dann sollte man schnell genug sein. Oh, schneller, 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 schneller. So. Ganz genau. Und jetzt kommt so eine Magnetabteilung, ne? Ich meine schon. Hier geht es aber an so einem kleinen Strand vorbei. So, und hier kommen die Magnetfelder. Ganz genau. Hier müssen wir nämlich auf so einen Schalter treten. So, und dann ändern sich hier die Felder. Oder diese Magnete. So, den Gegner machen wir eben noch kaputt. Na, nochmal drauf. So, und dann kann man nämlich, wenn die Magnete hier so perfekt zusammenpassen, an der Wand hochgehen, was ziemlich cool ist. So, hier auf die Stacheln aufpassen. Da drüben gibt es Magneten. Ja, wunderbar. Dann hier rüber. Da muss man auch immer schön auf die Schwerkraft aufpassen, wie das Ganze hier geregelt ist. Man sollte auch gucken, wenn da oben Stacheln sind, dass man dann hier ziemlich weit unten läuft. Oder auch im Allgemeinen etwas vorsichtiger ist. So, hier kommen wir ganz einfach rüber. So, wunderbar. Checkpoint mitgenommen. Hä? Nicht? Ah, geht doch. Ich wollte schon sagen. So, hier durch. Da kommen wir auch noch schnell vorbei. So, und dann machen wir hier ein neues Magnetfeld auf. Ganz genau. Hier geht es dann runter. Immer schön aufpassen. Es können immer Stacheln von oben kommen, wie zum Beispiel jetzt hier gerade. Da waren gerade Stacheln. Die haben jetzt auch ausgelöst. Hier einmal schnell vorbei. So. Dann hier an den Feuerdingern vorbei. Und runter hier. Und dann hätten wir die Magnetabteilung doch schon geschafft, oder nicht? Ich meine schon. Oder? Ich meine schon. Hier gibt es auf jeden Fall noch mal Ringe für den Lightning Spin Dash. Zack. Rüber da. Swoosh. All mein Looping mitgenommen. Und dann sind wir am Ende angekommen. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Wow, was ist das? Ein Mural! Was ist dieses Ort? Wo bin ich? Das ist wirklich witzig. Warum? Warum muss das passieren? Es ist schrecklich. Ich muss das jetzt stoppen. Was ist das? Was ist das? Ich glaube nicht, dass ich hier bin. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist egal. Ich werde ihn gut bekommen. Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Das 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 ist das? Was ist das? Das 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 ist das? gegen Dr. Eggman über. Ihr könnt euch wirklich sehr sehr auf die nächste Folge freuen, denn hier ist wieder mal Ende im Gelände. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Zusehen. Hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat, auch wenn sie etwas kürzer war oder nur dieses einen Level umfasste. Ja, Dr. Robotnik Space Sonic, genau da bist du. Und genau da werden wir in der nächsten Episode, wie gesagt, weitermachen. Auch wenn wir jetzt nur ein Level geschafft haben, in der nächsten Episode geht es dann eben noch viel spannender und viel epischer zur Sache. Deswegen bleibt dran. Ich würde mich immer fürs Zusehen bedanken. Hoffe, dass euch die Episode gefallen hat und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute! Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure DX Director's Cut. Nachdem wir uns in der letzten Episode auf dem Skydeck des Egg Carrier ein wenig näher umgesehen haben und dort leider feststellen mussten, dass Dr. Eggman bereits genügend Chaos Emeralds gesammelt hat, um Chaos 6 zu erschaffen, welches wir aber relativ leicht besiegen konnten. Also Chaos 6 war jetzt nicht die Mega-Herausforderung. Und Amy war ja auch in Sicherheit, also hatte das Ganze ja doch durchaus positive Seiten. Aber nachdem sich Sonic dann entschieden hat, Dr. Eggman in den Abgrund, hier in die Verdammnis mit hinunter zu springen und ihm somit zu folgen, sind wir dann am Ende der letzten Folge hier in diesen, ja, Ruin gelandet, also in einem Abschnitt der Mystic Ruins, den wir vorher noch nicht kannten, an einem sehr mysteriösen Tempel, wo uns auch dieses Licht, dieser Wegweiser hineingeführt hat. Und in dieser Episode soll es dann auch in genau diesen Tempel hier hineingehen. In die Stage 9 von Sonic, Lost World, Go to the Center of the Ruins. Und nein, das ist keine Anspielung an Sonic Lost World. Man muss bedenken, das Spiel hier ist schon, ich weiß nicht wie alt, also locker mehr als 10 Jahre alt. Aber ich muss wirklich sagen, diese Stage hier, die ist richtig, richtig cool. Wenn man nun mal die Atmosphäre, also mit der Musik in Kombination und diese mega coolen Feuerstellen hier und diese Steine aus der Decke, wenn man das alles so in Kombination betrachtet, ist das mega episch aufgebaut. Also ich muss echt sagen, dass auch diese schnellen Stellen hier zwischendurch, diese Kurven, einfach nur richtig gut untergebracht sind. Das gefällt mir mega gut. Obwohl ich sagen muss, dass in diesem Tempel auch eine Stelle, die auch jetzt kommt, ziemlich nervig sein kann. Denn hier muss man den Wasserstand abheben, äh, anheben, nicht abheben oder absenken, nein, anheben und dann auf dieser Schlange hier mitfahren. Und hier glitscht Sonic so ein bisschen komisch rum, slidet hier so ein wenig, das ist alles nicht so schön. Das fand ich schon immer komisch, egal auf welcher Version. Sei es Original Dreamcast, sei es die Gamecube-Version, sei es die PC-Version, sei es die Playstation 3-Version, man glitscht da immer rum. Es ist was, was ich nie so richtig verstanden habe. Aber wie dem auch sei, wir müssen hier auf jeden Fall drei verschiedene Schalter auch betätigen. Dann, nachdem wir einen Schalter von den dreien betätigt haben, den Wasserstand wieder erhöhen, dann auf die Schlange warten und dann die weiteren Schalter betätigen. Das nimmt hier so ein bisschen Spielfluss raus, aber, ach, ein bisschen Abwechslung kann ja auch nicht schaden. Und außerdem kann man hier nochmal ein Schutzschild mitnehmen. Und, oieieiei, hier müssen wir ja schon wieder abspringen. Stimmt, stimmt, stimmt. Hier gibt es nämlich den zweiten Schalter direkt. Gut, und, äh, apropos Lost World. Ich habe ja auch ein Let's Play zu Sonic...